Guten Abend zum AOK Traditionsmasters 2015. Wir begrüßen die erste Mannschaft am heutigen Tag. Hier ist die Mannschaft von Bayern 04 in Leverkusen. Wir begrüßen mit der Nummer 1 im Tor Wolfgang Jelkoffny. Im Kreis fürs Tor die 21. Daniel Garnitsch, die 2. Frank Germann, die 3. Karsten Bowman, die 4. Mario Tolkmit, die 5. Mark Dach, die 6. Ores Zivkovic, die 7. Mike Riepigic, die 8. Thomas Stäbel, die 9. Markus Feinbier, die 10. Berkschnix Steiner. Herzlich Willkommen, der 11. Markus Koth, die 12. Wir wollen sich jetzt mit dem Spieler mit der Nummer 2 aus der Bundesliga. Bitte ganz unter anderem von Karlsruhe und der Niederbüse in Teilnehmer der Europa-Mann-Taschers-Walter. Wir begrüßen die feste Gabriel. 3, 4. Und los geht's mit dem Nummer 1 im blauen Trikot. Eine wahre Eintracht-Legende. Insgesamt 414 Spiele in der ersten Fußball-Bundesliga. Satte 22 Jahre Profisportler bei Eintracht-Walter. Und hier ist der ewige Oka Nikolaus. Ebensoll jetzt fürs Tor, dem Elm Trikot, Hans Steiner. Der Spieler mit der Rücken-Nummer 4 machte sein Bundesliga-Debü, sein erstes Spiel 1972. 602 Bundesliga-Spiele. BERLICHOUS GEISER 2, 4. 5, 4K 9 19 21 Und Stolzern, Stolzern, der Eichern und Grund Auch in die Zeiten hat Empathie Aufliegen wir mit Eichern und Grund Zwei und nach vier Spiele Der Spieler, der Eichern und Grund Der Spieler, der Eichern und Grund Der Spieler mit der Nummer Zwei Eine Spielung von Marigette, Steffen Mit der Nummer Zwei und 228 Spiele Und zwölf Pfeffer Der Spieler mit der Nummer Zwei, Romy Mit der Nummer Zwei und Grund Heute auf die Pläne, der Eichern und Grund 2016, Schwachhausen, 13 In Hütte der Nummer Zwei, Daniel Kühler Der Spieler, der Eichern und Grund In Hütte der Nummer Zwei, Daniel Kühler Der Spieler, der Eichern und Grund In Hütte der Nummer Zwei, Daniel Kühler Der Spieler, der Eichern und Grund In Hütte der Nummer Zwei, Daniel Kühler Der Spieler, der Eichern und Grund In Hütte der Nummer Zwei und Grund In Hütte der Nummer Zwei, Daniel Kühler 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 Hütte der Nummer Zwei, Daniel Kühler Zum zwölf Bayern, der war der erste und hier geht bei Zauber, Marco Zeyner! Herzlich willkommen! Und zum ersten Mal wieder ist Oliver Schmidt! Die Nummer 7 statt bis zum letzten Sommer dort im Kader, von Hertha der SC, ist der ewige Lea Kupia-Spiel! Die Nummer 8 heute, unser Kapitän, der Rekordspieler mit 373 Spielen, Herzlichen Glückwunsch! Wir sehen mit der 9, Goran! Die 10 ist Daniel! Mit der 11, Kuba! Die Nummer 8! Und die 13, David! Und niemals vergessen! Heiko! 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 Abonni! Applaus In der letzten Fühne, der letzte Anfang. 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 In der letzten Fühne, der letzte Anfang.